So, es geht weiter mit The Wolf Among Us, Episode 3. Bigby! Ich bin hier gerade gekommen. Ja, mir auch. Es ist Nummer 23. Ich habe dich nicht gesehen. Ich bin zu weit. Ja, ich weiß. Von der Auntie Queen Eve. Von der Witch, der Hexel, oder was auch immer das sein soll. Wenn jemand da drin ist, dann wird es sehr ruhig sein. Hallo. Hallo. Du hast mich aufgewacht. Sorry about that. Was ist etwas falsch? Ach so, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass es ein Munchkin war. Ach so, Dorothy, das ist nicht. Schraubige Kind. Wer bist du? Rachel, wer bist du? Soll ich... Wir sind nicht ein Verlangen. Ich bin Bigby. Das ist Snow. Ich bin glücklich. Wie machst du? Ist es... Ist es etwas, was du brauchst? Ist es Aunt Greenleaf in Hause? Sie ist hier? Ich meine Mutter? Sie hat sie... Sie machte die Nachtstange, sie machte sie in Katzen? Ist sie eine Witch? Nein, ich würde niemals meine Mutter so sagen. Sie tut mir gut. Ist es etwas, was du willst? Ich glaube nicht, ich kann dir wirklich helfen. Rachel, wenn ich nur ein kurzer Geheimdiener bin? Wir werden sehr schnell, und er wird nicht aufgleichen. Ich bin hier all die Nacht. Niemand ist hier. Okay, Bigby. Ich werde dir nicht aufgleichen. Keine Probleme. Was suchen wir speziell? Crane. Sie können trotzdem hier sein. Es ist ziemlich rar, einen Börner zu sehen. Doughty. Und das ist, wie wir es lieben. So kommen wir als Geweih an hier. Was haben wir hier noch? Oh nein. Sie hat nie... Das war in den Häusern, rund um Dick's Mountain. Ich denke. Was haben wir hier noch? Eine Plattenspiele? Honky Tonk. Honky Tonk. Oh, kein Essen für das. Ist das deine Mom? Uh-huh. Ja und nun Noch was schönes hier Schönen Baum Ich habe einen schönen Tag Wo hast du dich die Kleine gekauft? Bei einem Werken? Oh, meine Mutter macht meine... Ich habe einen schönen Tag Es ist nichts, die sich hier ansehen, dass Crane hier ist Es ist nichts? Es sieht Ich habe einen schönen Tag Ich habe einen schönen Tag Ich habe einen Späder gesehen. Wie lange wird es sein? Du magst Broccoli? Nicht wirklich. Ich mag es. Ich kann meine Mutter dich später nennen. Ich habe einen Späder gesehen. Was ist das? Ein Package. Das hat mit jemandem der Späder. Ich habe einen wie es in der Tweedle. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe einen Späder von ihm. Ich habe auch. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Bitte? Ist das eine Glamour-Tube? Mama wirklich nicht lässt sich jemanden spielen mit dem. Ich glaube, ich habe versucht. Oh nein, nein, nein. Bitte 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 bitte. Bitte 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 bitte. Das ist genau wo du hast. Niemand kann es spielen mit dem. Es ist okay, Frau. Bigby wird es nicht verraten. Nein, du wirst nicht verstehen. Du wirst sie nicht verraten. Du wirst sie herausfinden, wenn sie herausfinden, dass ich die Menschen in hier und sie verraten. Sie verraten ihre Sachen. Okay? Du wirst sie alle Zeit verraten, wenn die Dinge verraten. Ich will nicht in die Probleme. Schau dir, ich bin bereits gefeiert. Snow, komm mal. Ist das eine Glamour-Tube? Es ist ein Glamour-Tube. Was passiert hier. Nein! Lass es hier! Bitte bitte bitte. Das ist nicht das, was du denkst. Du musst mir glauben. Der Mann ist nicht hier. Ich versuche. Es wird okay, Rachel. Bitte bitte. Ich versuche. Ich will nicht, ich will nicht in die Probleme. Oh oh. Ah! Antigreenleaf. Es tut mir, wenn du das erst machst. Oh, 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 oh. Und. Nicht genug weit genug. Warum, Rachel? Warum die kleine Mädchen? Ich glaube, überhaupt nicht das für kein Geschäft, Wolfe. Warum? Wie ist das, weil es funktioniert? Das ist warum. Ist das gut genug für Sie? Sicherlich noch dude du auf die Schilfe für ein langes nach. Ein langes Mal. Alles klar. Begin weiter zu erklären. Und vom Beginn. Ich bin in den Wurzeln, um ein Jackal und ein... Keinein dieser patheticen Wurzeln kann ich mich aus prüren, was ich von deinem Gullet brauche. Jetzt sag mir, wo Crane ist! Ich bin ein Fortuneteller, Wolf. Ich habe keine Ahnung, wo er ging. Du musst etwas wissen! Unless du willst eine Rezept für Owl's Stew. Just warum, in dem Namen von alles Heiligen, bist du diese Weasel-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln? Crane könnten heute Morgen lachen. Und ich würde mich überrascheren. Aber das bedeutet, dass ich dir nichts sagen kann. Du hast Freund, ob du? Vielen Dank, ich will kein Freund für die Räusein-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln-Wurzeln. Bitte, Greenleaf. Crane ist ein Verbrucher und er wird abgelassen. Du kannst du auf deinen Faktoren befestigen. Das stimmt nicht. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe kein Interesse in einem Skink verletzten unter Bootheels. Es gibt die Macht hier, außer dein Pathetische Autorität. Whatever es ist, Greenleaf. Whatever es ist, dass du von dir etwas sagen kannst... Wir können dich schützen, okay? Whatever es ist, dass du Angst hast, wir können sicher, dass es nicht passieren kann. Du hast keine Ahnung, was passiert, oder? Okay, du weißt, was ich denke? Ich denke, dass wir mehr als patienten mit dir sind. Diese Wich hat sich verwendet die Illegale Glamour, die weiterentwickeln müssen, was wir gebaut haben. Sie hat einen Fugitiven, der sich vorhanden hat, und jetzt hat sie alle versucht, die Dinge richtig zu machen. Ich, ehrlich gesagt, nicht so. Wenn sie Angst für ihre Leben ist, können wir zumindest sicher, dass sie uns nicht wieder schützt. Wir zerstören den Baum. Nein! Wie schützt du da, dass du hierherst und mich zu schützt, das eine Dinge, die... Das Baum ist ähnlicher, es ist Teil der Familie, und es ist die einzige Sache, die für dieses Schüttel-Hall-Apartement. Und die Fables, die nicht die Glamour von dir, kommen zu mir, für Hilfe. Without sie, woher sie könnten... Oh, das nicht! Du bist Geld für die Menschen aus der anderen Menschen! Miserie! Zwei Fables sind sterben wegen dieser Scheiße. Es ist zu gefährlich, diese Sachen mit ihr zu lassen. Du denkst du, dass ich eine alte Frau in diesen Geschichten liebe bin? Die Männer sind heros, die Mädchen sind scheiße. Und die alten Hags, wie ich, werden alle, die sie lieben, sterben. Wir haben sehr unterschiedliche Art und Weise, um unsere Fates zu behandeln. Sehr unterschiedliche Art und Weise, um es zu behandeln. Und ich benutze es nicht für eine Beobachtung, um die Menschen zu verhindern. Greenleaf-Snow ist richtig, der Baum muss zu gehen. Nein! Schau, ich erzähle dir, ich erzähle dir. Greenleaf-Snow ist hier, er ist hier und er ist weg. Er ging zum Pudding und Pie, um meine Ring auf die Mädchen zu holen, um Informationen zu bekommen. Was macht die Ring? Er denkt, dass es die Ring des Dispel ist. Sie wissen, dass es die Frau über die Mädchen wird. Er sagt, dass die Wahrheit aus ihnen die Wahrheit erzeugt werden. Aber es wird nicht. Der Baum-Snow hat die Macht seit Jahrzehnten verloren. Ich schreie ihn zu. Ich schreie ihn, wenn du ihn verschlebst, okay? Ich schreie ihn. Und ich... Ich schreie mich nicht. Ich schraue dich. Ich schraue dich. Ich schreie dich nicht! Ich schraue ihn nicht! Ich schraue ihn, bitte! Dieses ganze Geschichte ist besser zurück. Es wird es. Es wird es. Wir können immer wieder zurück, später. Dann so böse sind wir nicht. Das ist Crane zu schnappen. Das ist ein Crane zu schnappen. Nein, es ist nichts, was du mit sich beschäftigen musst. Ich glaube nicht so. Hör auf. Oh, Mr. Spott, Mr. Clean. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ah, ich meine, du bist gut. Ich zeige mir, was du weißt, jetzt. Hey, du kannst nur da rein gehen. Ich bin jetzt der Gute und sie ist die Böse. Wir haben ein Problem. Sag mir, wer das hat. Sag mir, wer das hat. Ich weiß, was du weißt. Mr. Crane, bitte. Sie kann mir nicht helfen. Ich weiß, dass du weißt, was der Plan ist. Ich werde mir nicht dafür verantwortlich sein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin sorry. Ich bin sorry, ich... Crane, geh weg von ihr! Whoops. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Diese Mädchen, die Mädchen, sie haben mich gemacht. Ich habe nur eine dumme Runde zu arbeiten. Das ist alles. Sie können nicht sprechen, wegen dem Runde. Aber wenn diese Runde durchstehen, ich weiß, was passiert, und das ganze Ding wird vorbei. Das ist alles. Bitte. Ich bin inocent. Komplettlich, komplett inocent. Es ist... Es ist... Ich zeige dir. Das ist anders. Ich bin inocent. Ich kann nicht. Du musst.. Du musst mir die Chance. Das wird funktionieren. Ich habe dir zu tun. alles wird geschlossen. Und ich habe dir gesagt, Ich bin... 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 Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Wie lange Jahre hat das geschieht? Zwei... Zwei... Aber ich habe keine Frauen, Bigby. Ich habe nichts mit dem, nichts zu tun. Ich habe nur... Oh Gott. Wir haben die Fotos von dir und Lilly. Ich weiß, ich weiß. Das war... Ich habe nur... Ich liebe dich, Snow. Ich liebe dich. Und... Entschuldigung, ich bin nicht Prinz Charming, okay? Entschuldigung, ich habe dich nicht verraten. Entschuldigung, ich bin zu Europa. Ich liebe mich nicht, Crane. Ich weiß, was das ist. Ich habe es gesehen. Es ist nicht Liebe. Ich bin nicht befreundet. Ich glaube, er hat er getan. Was? Engebe mir ihn. Das Mann hat euch diesen Frauen verraten. Er ist nicht... Des degree nicht zu sein, für ihn nicht auf seinen Mischung auf dem Welt. Wir haben diesen Mann geholfen, aber warum jetzt? Weil sie ihn sehen! Sie sagten, dass du ein Zeug gefunden hast, dass er die Fable-Town verwendet, dass er unsere Geld für seine eigenen ... Das ist eine Sache. Aber Sie haben keine Angst, dass er ein Mörder ist? Wir haben ihn so lange kennengelernt. Ich kann nicht glauben, dass ich das zu hören habe. Sie sehen, wie er anstellt, als du hier kam? Ja, ich weiß, wie das... Warum würde er sogar hier kommen, wenn er nicht auf die Flügel gekommen ist? Er dachte, dass er auf die Flügel gekommen ist. Und vielleicht ist er. Ich weiß nicht. Okay, aber wenn Crane nicht die Fäith und Lilly ... Entschuldigung, aber wer das war? Wenn ich hier wieder gesehen habe ... Das Ganze ist größer als Crane. Er hat mich nicht die Stöhne, um die Flügel zu holen, jemanden in die Flügel zu holen. Oh, schade. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, dass ich das so ... Ich habe keine Angst, dass ich so ... Du hast du Geld von Fable-Town für Jahre, nicht? Ja. Wir werden dich nicht töten, also du dich schweigst. Ichabod Crane, du bist in die Flügel von Fable-Town für die Flügel zu holen. Du hast das Recht, das Recht, das Recht, das Recht, zu verabschiedern. Aber in dem Moment, du kommst mit uns. Du bist unglaublich glücklich, Miss White ist hier, um zu retten, deine Flügel zu retten. Denn wenn es mir war, zu mir wäre, zu haben, deine Kopf aus dem Washington Bridge. Okay, Sheriff. Das ist genug. Oh Gott. Du denkst, du hast, was es braucht, zu verabschiedern? Du denkst, ich habe keine Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Und du wirst in dieser Stimme eine Minute, bevor du hast, etwas, was du interessierst, damit die Flügel nicht aus der verabschiedung fallen. Ich habe das Beste, was ich konnte mit dem, was ich hatte. Und die Stadt hat alles, was sie ausmacht. Es ist besser, deine Energie zu retten, hm? Sie sind lange weggegangen. So, na gut, das war wieder eine Folge The Big Bad, vom Big Bad Wolf, ne? Wolf Among Us. nächste Folge geht weiter. Okay. Okay. Mal. Mal.